Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. You can't change the heart without telling a story. Marta Nussbaum, die grosse Philosophin. Willkommen zur neuen Folge Die Podcastin mit Isabel Rohner in Berlin. Hallo. Hallo und Regula Stempfli irgendwo in dieser Welt. Irgendwo. Also im deutschsprachigen Raum noch. Ich hoffe ja, sehr bald mal wieder in die USA reisen zu dürfen und dort mal wieder drei Monate zu verbringen, was uns sicher nicht hindern wird, trotzdem die Podcastin weiterzuführen. Schön, freut mich. Wollen wir die Themen beginnen? Also wegen die USA. Heute wird ein Schwerpunkt darüber sein. Also den habe ich mitgebracht über 16 Tage strukturelle und sexuelle Gewalt. Und Anniversary, MeToo, grossartige Mediathek. Unbedingt geht alle auf ZDF Mediathek. Mit wunderbaren, wichtigen, entscheidenden, aufwiegelnden, rüttelnden Dokumentationen zu Weinstein, zu Roger Ailes, also Fox News, sexuelle Gewalt. Und zu Wirecard. Ein Skandal, der übrigens auch voller Sexismen steckt und der quasi so nie thematisiert wird. Aber hast du zuerst … Ach, sehr gut. Die haben 16 Tage Aktion gemacht und an mir ist das völlig vorbeigegangen. Das kann ja fast nicht wahr sein. Ja, ja. Sie haben es anlässlich … Ja, finde ich auch super. Und es ist der Einzige, also weder ORF noch SRG noch Deutschland sonst. Also ARD habe ich es gesehen. Also ZDF war da ganz weit vorne. Sie haben auch Basha Mika, die ehemalige Chefredaktorin der Taz, glaube ich, interviewt zu MeToo. Also Bilanz, was hat es gebracht und was nicht. Aber darüber reden wir beide sicher gerne mal zusammen, also heute zusammen. Weil wir haben eigentlich MeToo noch nie wirklich thematisiert. Aber hast du was Aktuelles mitgebracht? Wir haben es eigentlich dauernd thematisiert, aber … Aber nicht so genannt. … kann man noch viel, viel mehr … … nicht so genannt. Also nicht so genannt, ja. Ich habe etwas Aktuelles und zwar gibt es eine neue Studie zur Parteienkultur und Frauen oder Parteikulturen und Frauen. Die hat EAF Berlin gemacht in Kooperation mit dem Institut für Demoskopie Allensbach. EAF Berlin ist ein Think Tank, ein Beratungsinstitut. Die machen ganz viel, wenn es um Frauen in der Politik geht. Die haben auch ein Netzwerk aufgebaut, bundesweit zur Förderung von Kommunalpolitikerinnen, Nachwuchspolitikerinnen, Mentoringprogramm, das sogenannte Helene-Weber-Kolleg. Die machen ganz tolle Arbeit, hießen bei ihrer Gründung anders. Da machte diese Abkürzung Sinn, Europäische Akademie für Frauen. Inzwischen ist es einfach nur noch eine Abkürzung. Und es ist ein hochprofessionelles, tolles Beratungsinstitut geworden. Das vielleicht zur Erklärung. Also, die haben sich angeguckt zusammen mit Allensbach und insgesamt 800 Politikerinnen befragt aus Bund, Ländern und Kommunen. Also eine quantitative Befragung durchgeführt, ergänzt durch qualitative Interviews. Und bei dieser Befragung sind einige Punkte herausgekommen, die schon sehr interessant sind. Also, 65 Prozent der befragten Politikerinnen sagen, dass an sie andere Erwartungen gestellt werden als an Politiker. Und zwar in Bezug auf ihr Verhalten, auf ihre Leistung und auf ihr Aussehen. Wahnsinn. Ja, 66 Prozent. Wollen wir das gerade schnell kommentieren? Gerne, kommentiere. Also, ich finde, ich habe auch die Koalitionsverhandlungen, immer diese Bilder gesehen mit vier Männern und Annalena Baerbock. Und ich finde, die Uniformen, die getragen werden, sind schon krass im politischen Alltag. Es müssen alle Frauen und Männer diese furchtbar langweiligen, dunkelblauen, schwarzen, grauen Anzüge tragen. Also, Robert Habeck ist der Einzige, der sich erlaubt, keine Krawatte zu tragen, ebenso Annalena Baerbock. Aber ich finde, das sagt schon eigentlich alles aus, dass die Erwartungen an Politikerinnen sehr männlich sind, selbst wenn es um die, die das Erscheinen, das Auftreten, das Agieren und die Politik geht. Wobei sich ja gerade die Uniformen erweitern um eine neue Uniform bei den Männern. Und das ist die Weiße-Turnschuh-Fraktion. Da gibt es ja auch dieses Bild von den Koalitionsgesprächen. Oder das waren auch die Sondierungsgespräche. Und die drei Männer von SPD, Grün und FDP, trugen weisse Turnschuhe. Also als Zeichen von bodenständig lässig und so. Ja, also. Oder die Junge Union hatte doch auch letztens ihren Parteitag. Ja, es ist inakzeptabel, ja, dass das nicht thematisiert wird, dass Turnschuhe überhaupt nichts mit lässig locker zu tun hat, sondern mit einem einfach das Turnschuhe-Verstecken, dass der Männertritt genauso wehtut in Turnschuhen als in gepflegten Lederschuhen. Also ich finde die ganze, ich finde die Ikonografie des Politiker und Politikerinnen in Berlin, finde ich wahnsinnig aussagekräftig und darüber könnten wir uns noch länger unterhalten. Und es ist ja nicht nur die Ansprüche, die anders sind, sondern Frauen sind, haben ihr Geschlecht zu vertreten, sowohl im Auftreten, im Reden, in ihren Politiken, die sie vertreten und in ihrer Präsenz in der Politik. Das ist schon krass, finde ich. Also das wurde bestätigt, ja. 50 Prozent übrigens der Politikerinnen sagen, dass ihre Äusserungen weniger ernst genommen würden, als wenn ein Mann dasselbe sagt. Weil sie keine Machtposition haben. Also weisst du, Angela Merkels Äusserungen wurden ernst genommen, weil sie die Kanzlerin war und immer noch ist, bis sie die neue Regierung in Amt und Würde ist. Wir mussten alle auch lernen, dass es so ist. Das war nicht von vornherein so. Ich erinnere mich da an die Elefantenrunde. Ja, wahnsinnig. 2005, als der abgewählte Bundeskanzler Schröder rumtobte. Richtig. Es ist aber tatsächlich so, dass Frauen fühlen, werden nicht gehört, nicht ernst genommen, wenn sie ihre Stimme erheben. Dies hängt aber mit Macht zusammen. Money und Einfluss. Deshalb empfehle ich jede Politikerin extrem klug, das Machtspiel sofort sich anzueignen. Und das hat nichts mit Verleugnung zu tun, sondern es hat damit zu tun, die politischen Positionen, die wichtig sind, mit Macht zu vertreten. Hast du gerade eine konkrete Vorstellung einer konkreten Situation? Also ich bin ja in vielen Gremien und ich empfehle jeder kurz die Statuten anzuschauen in den Gremien. Also die Rechtsgrundlagen, weil die sind hervorragend in Demokratien für Vereine, Verbände, Experten, Innenkommissionen. Weil da lohnt es sich immer mit den Paragraphen gerade zu argumentieren, wenn irgendein Typ wieder ausfällig wird oder einfach das Statement übergangen wird einer Politikerin, gerade im Ausschuss. Das passiert ja, die Politik passiert ja nicht in der Öffentlichkeit, sondern in Ausschüssen. Ausschüssen. Und dann immer sofort nicht beleidigt, quasi sagen, sie hören mir nicht zu, sondern laut Artikel bla bla bla, gehört es sich für Kommissionsmitglieder bla bla bla, das und das zu berücksichtigen. Oder wenn irgendeiner, ja, das sind wirklich ganz starke, wichtige Hinweise. Oder wenn irgendein Typ oder eine Frau auch irgendwas Negatives sagt oder, hey, das ist doch nicht relevant, oder irgendwie einfach die Frau wieder abwertet, was hunderttausend millionenfach passiert täglich im deutschsprachigen Raum. Sofort reagieren mit, das können sie so sehen, laut Paragraph sowieso ist dies und dies zu gewährleisten im Ausschuss, die Transparenz. Ich argumentiere hier für die Einhaltung der Transparenz. Es geht um dieses und dieses Thema, das ist festgelegt in Artikel sowieso und so weiter. Also immer oder wie schon Zitat dann von einer der wichtigsten Fachzeitschriften, gerade im medizinischen Bereich. Sie können das so sehen, aber wie bla bla bla, wie bla 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 im Journal Spectator ganz explizit erwähnt, ist es so. Und das muss auswendig gelernt werden, liebe Frauen. Es ist wirklich wahnsinnig mühsam. Aber ich empfehle wirklich allen Politikerinnen, sich minutiös sprachlich vorzubereiten für Sitzungen mit einem klaren Ziel vor Augen. Also ich gehe nie in eine Sitzung, wenn ich nicht ein Ziel habe, das ich nach drei Stunden Sitzung auch in der Tasche habe. Ja, kluger Tipp, sehr guter Tipp. Und übrigens, Leute, das ist auch noch ein Tipp, bei unangenehmen Meetings mit Männern, die zu Übergriffigkeit neigen, sei es jetzt in der Macht oder Anzüglichkeiten, aufnehmen, aufnehmen, also habt das Tonband immer dabei. Das ist echt übel, aber ich habe jetzt wieder realisiert im Film Bombshell, das Ende des Schweigens, das wir dann länger besprechen werden, weil es um konservative Frauen geht und die sexuelle Gewalt im Fox News, also einem Sender, der uns nicht zu interessieren hat, der aber wahnsinnig mächtig ist, auch für die Welt- und Medienpolitik, werde ich darüber eingehen. Aber dort habe ich auch wieder realisiert, es lohnt sich, gewisse Gespräche aufzunehmen. Ich mache es mittlerweile so, dass wenn ich, ich habe gerade aktuell einen Fall einer extrem mühsamen Organisation, dass ich dort zu Beginn frage, ich bin sicher, es stört sie nicht, wenn ich diese Sitzung aufnehme, zwecks Coaching und zwecks Beratungstätigkeiten, also dass ich überhaupt sehe, ob ich mich hier richtig ausdrücke und was so passiert in einer Institution. Was aber wahrscheinlich doch mit deiner Funktion als Beraterin zu tun hat. Ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, eine Aufzeichnung zu machen, wenn ich als Politikerin in ein Gremium mit anderen Politikerinnen und Politikern gehe und dann sage, ach übrigens, ich mache es transparent. Nein, 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 das kannst du nicht machen, weil die Ausschusssitzungen sind auch geheim. Ich habe davon geredet, wenn, und das gibt es so häufig, wenn es um Gespräche, überparteiliche Gespräche geht, unter vier Augen, dort und mit einer Figur, von der man weiss, und respektive von der Frau weiss, dass er zu Übergriffigkeit neigt. Und das wissen die Frauen, das müssen sie auch untereinander austauschen, dass dort ganz klar von Beginn weg gefragt wird, du, mach es dir etwas auf, wenn ich das aufnehme, damit ich sehen kann, ob ich mich verbessert habe in der Verhandlungstaktik. Okay, wichtige Klarstellung, ehrlich gesagt. Übrigens, danach will ich ganz viel hören über deine Gedanken zu Bombscher. Ja, 40 Prozent aller befragten Politikerinnen und 60 Prozent aller Politikerinnen unter 45 Jahren haben angegeben bei dieser Studie, dass sie im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit schon einmal sexuell belästigt worden sind. Das ist eine erschreckende Zahl. Was ich wirklich jetzt spannend finde, dass du das sagst, und dann sagst du mir, du sollst nicht aufnehmen, das ist schwierig. Nein, ich bin, ich bin, ich frage mich immer, ich finde, ich finde Praxistipps wahnsinnig wichtig. Und ich glaube auch für unsere Hörerinnen und auch Hörer interessant, ich frage mich nur immer sofort, ich übertrage es in die Realität. Wie ist das, wann ist das handhabbar, wann nicht? Und komme da eben dann auch an Grenzen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo das Gegenüber auch sagen würde, nee, dann spreche ich nicht mit Ihnen. Ja klar, das ist selbstverständlich. Es geht mir ja um die Situationen, es geht mir eigentlich darum, dass Frauen vorbereitet werden müssen, dass Frauen sich selber vorbereiten für schwierige Gespräche, wenn sie Machtpositionen einnehmen. Oder wenn sie Kolumnen schreiben, Artikel schreiben, die tatsächlich einige mächtige Männer anpissen. Darf ich dazu ganz kurz darauf hinweisen, dass von Regula Stempfli gerade ein neues Buch rausgekommen ist. Und das ist wirklich, wie die anderen Bücher auch, aber es hat mich umgehauen. Du warst jahrelang Kolumnistin bei der BATS, das ist die Basler Zeitung, und hast da wöchentlich eine hochpolitische, brillant geschriebene, humorvolle, habe ich schon gesagt, hochpolitische Kolumne veröffentlicht. Das macht so Spaß, die zu lesen und sind zum Teil so schockierend, weil die Themen sich überhaupt nicht verändert haben. Also die letzte Kolumne ist, glaube ich, 2018 erschienen, drei Jahre. Aber nichtsdestotrotz, also deine Punkte sind schon sehr, sehr auf dem Punkt und immer noch hochaktuell. Vielen Dank. Empfehle ich allen. Sagst du einmal den Titel und wo es erschienen ist? «Sechs Katzen und Diäten» beim Verlag Königstuhl und ist in jeder Buchhandlung greifbar, respektive über Buchschweiz sofort greifbar. Ich finde es wichtig, hier noch zu betonen, das sind nur meine Kolumnen für die Basler Zeitung. Ich schreibe ja seit 30 Jahren Kolumnen, also ich habe schon als 16-Jährige auch meine erste geschrieben, auch hochpolitisch, kann dann übrigens auch, kann Frau auch noch drucken. Was mir aber hier wichtig ist, ich habe fünf Kolumnen pro Woche geschrieben als politische Leitartikelin. Das ist schon entscheidend zu erwähnen, weil beim Verkauf der Basler Zeitung an den Tamedia Verlag ich nicht wieder beschäftigt wurde. Also die TX Group, also alle Tamedien, ein grosser Verlag in der Schweiz, der viele dieser denomierten Journalisten der Basler Zeitung übernommen hat, hat mich als die Starkolumnistin nicht übernommen, was nicht untypisch ist, was sehr vielen Frauen passiert, was wir auch schon im Expertinnen-Gespräch gehört haben, dass eben erfolgreiche Sendungen einfach abgesetzt werden mit Frauen und dann nicht wieder ersetzt. Und die Frauen verschwinden dann früher oder später. Also ich verschwinde nicht, aber das ist noch zu ergänzen. Wir sind sehr dankbar, dass du nicht verschwindest und weiter. Soll ich dein Lieblingswort sagen? Streitbar. Ja, genau, streitbar. Also wir sind im November und Oktober, November sind immer die Aktionstage, 16 Tage gegen sexuelle Gewalt oder überhaupt gegen Gewalt. Es jährt sich immer wieder im September, Oktober, November, in diesem Herbst, das MeToo, das nicht nur ein Hashtag ist, sondern tatsächlich gezeigt hat, dass, wie hieß sie, Alissa, sorry. Milano. Ja, genau. Sag mir schnell, hast du die Geschichte gar präsent zu MeToo? Ich muss es nachlesen. Ach so. Alissa Milano hat den Hashtag MeToo als Erste verwendet. Und darauf stand, wenn ihr auch Missbrauch, Diskriminierung, sexuelle Übergriffe erlebt habt, dann retweetet diesen Hashtag mit dem Hashtag MeToo. Und das ist millionenfach passiert. Und hat die Medienwelt, die Politwelt völlig erschüttert, vor allem auch in den USA. Und da möchte ich, bevor ich zu Bombshell komme, zu Harvey Weinstein kommen. Einer der einflussreichsten, übelsten, schrecklichsten, wichtigsten Hollywood-Produzenten, der tatsächlich in der Dokumentation von ZDF, die im Medienarchiv greifbar ist, zeigt, also die ganze Welt, 20 Jahre, die Kulturwelt im Atem gehalten hat. Mit Bullying, mit Machtmissbrauch, mit sexueller Gewalt, mit der Zerstörung, der massenhaften Zerstörung hochtalentierte Frauen. Also das Ausmass von Weinsteins Imperium ist sehr amerikanisch, hat mich aber schon an den ganzen Bildkomplex vom Springer SE-Verlag erinnert und die Diskussionen rund um Julian Reichelt erinnert, die auch in den deutschen Medien genauso abgehandelt wurden, wie die grossen Machtmissbrauchsgeschichten von Harvey Weinstein in den 1990er-Jahren. Da musst du jetzt noch einen Satz zu sagen. Also ich würde immer sagen, dass es ja sehr wenig passiert. Ja, genau. Ich finde die Deutsch-Diskussion rund um Julian Reichelt und das, was Isabelle Rohner und Regula Stempfli immer unter «Media 2» verhandeln, und zwar in diesem Jahr aus furchtbaren Gründen immer wieder tun müssen, dass die deutschsprachige Diskussion hier erst in der amerikanischsprachigen Diskussion der 1990er-Jahre steckt, dass die wirklichen Mächtigen nicht zur Verantwortung gezogen werden, dass immer noch so getan wird, wie eine kluge Isabelle Rohner mal gesagt hat, es handele sich um ein privates Problem und nicht um ein politisches und strukturelles Problem. Das hat mich erinnert in der Weinstein-Dokumentation auf ZDF, die ich allen empfehle. Sie heisst «Unantastbar». Und tatsächlich, nur ein Beispiel. Eine junge Journalistin wurde von Harvey Weinstein vor laufenden Kameras 1998 zusammengeschrien als… What? Ja, zusammengeschrien und beschimpft mit Wörtern, die ich unter keinen Umständen wiederholt haben will. und ihr Journalistenkollegen, nur weil sie eine Frage gestellt hat, eben zu sexueller Gewalt. Und ihr Kollege, der sie mitgenommen hat, ist eingeschritten und hat Harvey Weinstein gesagt, dies sei inakzeptabel, das sei eine Journalistin und das werde Folgen haben. Also es war auch ein junger Journalist. Er werde sofort darüber berichten. Und Harvey Weinstein hat den Journalisten kurz und klein geprügelt, vor laufenden Kameras. Es gibt bis heute keine Bilder dazu. Und das ist in der Dokumentation. Also es hinterlässt Frau sprachlos diese absolute Gewalt und Macht des Weinstein-Komplexes, der sich auch beim Epstein zeigt, der übrigens seine Fäden bis in die digitalen Expertenkreise zieht mit der sexuellen Gewalt. Womit ich zu meiner These komme und womit ich zu dem komme, weshalb bringe ich das in die Podcast hin? Ich habe darüber ansatzweise geschrieben, aber ich möchte es hier mit dir gedanklich mal durchspielen, dass eben die Dokumentation zu Weinstein, zu Epstein und zu Roger Isles, eben dem Gründer der Fox News und die Dokumentation, auch sehr empfehlend wert, auch auf der ZDF-Mediathek zu Wirecard, zeigen, eine grosse Gemeinsamkeit aufweisen, nämlich die absolute sexuelle, politische und ökonomische Gewalt gegen Frauen. Das ist der gemeinsame Nenner all dieser sogenannten Skandale, die keine Skandale sind, sondern eigentlich Politik, eigentlich quasi die Etablierung von Taliban in unseren demokratischen Gesellschaften. Und das finde ich faszinierend. Weisst du, wie diese Macht funktioniert hat? Wirecard erwähne ich deshalb, weil Wirecard ist nicht nur ein Skandal und ein völliges Versagen der politischen Institutionen, sondern Wirecard hat als Dienstleister für Porno und Game, die Gaming-Industrie, begonnen. Sie haben ein digitales Zahlungssystem entwickeln müssen, Wirecard, weil die US-Gesetzgebung die Pornografie und das Gambling eigentlich eindämmen wollte unter George Bush, dem Älteren. Und dann haben sie ein digitales Bezahlsystem entwickelt, das die klassischen Kreditkarten ersetzen soll. Oder dass du Porno, Hardcore-Porno, Kinder-Porno und so und Gambling weiter betreiben kannst, quasi illegal, aber das auch bezahlen kannst. Also mit einem digitalen System. Und das finde ich so sprechend. Und ausgerechnet dieser Bezahldienst, dessen schmuddelige, in Anführungszeichen, Herkunft dann zum grössten deutschen digitalen Finanzanbieter ... Ja, und die Geschichte spielt überhaupt keine Rolle, ne? Genau. Nein, aber es war von Anfang an ... Und schmückt sich dann damit. Also Wirecard zeigt, dass seit zehn Jahren ganz tolle Menschen dran waren an Wirecard und mit ihrem Leben bedroht wurden. Und dass es dann am Schluss wieder die Journalistinnen waren, die den Skandal wirklich endlich mal, dass die deutschen Behörden was machen mussten. Es ist also, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ich glaube tatsächlich an die völlige Ignoranz der deutschen Behörden und eben diese völlige Blindheit von struktureller Gewalt, die sich immer anhand der Geschichte des Unternehmens gegenüber Frauen zeigen lässt. Weisst du, was ich ... Also ich finde mehrere Dinge sehr interessant. Also bei Weinstein und Mediatoo sind meine Gedanken, dass die deutschsprachige Medienlandschaft das sehr von sich weist, beziehungsweise sagt, oh ja, das ist ganz interessant, da berichten wir drüber, aber es hat mit uns nichts zu tun, das ist ja im fernen Amerika. Und diese These kommt abrupt zu ihrem Abgrund, beziehungsweise zu ihrem Ende, weil du es verknüpfst mit Wirecard. Jetzt habe ich diese Doku tatsächlich nicht gesehen, werde ich nachholen. Aber Wirecard ist ein deutscher Skandal, der aber trotzdem erschreckend unpräsent ist. Böse Stimmen sagen, der ist halt zu komplex, deswegen wird darüber nicht groß berichtet. Das würde die Leserinnen und Leser überfordern. Das glaube ich immer nicht. Guckt die Doku, es ist überhaupt nicht komplex. Wirecard ist ein pornografisches, gambling, digitales Bezahlsystem, das durch Lügen, durch nicht gedeckte Kredite mit einem Macho-Chauvinistentum in der deutschen Chefetage, sowohl in Politik, Gesellschaft und vor allem in den Banken, einfach mit völligen Fake News, Fake Zahlen, Fake Bilanzen sich etablieren konnte. Aber wie würdest du es denn erklären? Es gibt solche. Es gibt, ich bin sicher, wie würde ich es erklären? Nein, wie würdest du das fehlen? Oder irre ich mich? Also, ist Wirecard ein großes Thema? Nein, nein, da hast du es selbstverständlich. Aber wie würdest du das erklären? Warum ist es kein großes Thema? Weil der strukturelle Sexismus von Wirecard, Harvey Weinstein, Roger Ailes, den ganzen Medienkomplex nicht als sexuelle Gewalt, respektive als sexistische, misogyne Gewalt, anerkannt wird, sondern eben als Politthema, als Finanzthema, als gesellschaftliches Thema. Aber dann könnte es doch, das wäre doch ein Argument, dass es ein gesellschaftliches, ein politisches Thema ist, ein wirtschaftliches. Und dadurch auftaucht. Aber das tut es doch gar nicht. Nein, weil die meisten Männer, die darüber berichten, die Struktur, quasi die Pornografisierung von Finanzstrukturen und Digitalstrukturen, also wir erinnern uns, auch Facebook ist als pornografisches Instrument zum grössten Beziehungs... Zum Bewerten von Frauen erfunden worden. Genau, genau. Und weil diese Themen, also ich habe mein laufendes Buch ist der Pornomachines, weil diese Systeme als solche nicht erkannt werden und weil wir keine Quoten haben, wo tatsächlich denkende Frauen plötzlich merken, wenn sie in all diesen auftauchenden Skandalen, und das werden noch mehrere sein, realisieren, ah, hoppla, es gibt Gemeinsamkeiten. Und es gibt eben Gemeinsamkeiten in diesen Scheingeschäften und den Porno- und Gambling-Geschäften. Also ich finde das wirklich erschütternd. Und weshalb ist das kein Thema in Deutschland? Ist eben, weil die Pornografisierung, die grundsätzliche pornografische Struktur, die ich als frauenfreundlich, misogyn, als leerstellende Struktur auch bezeichnet, nicht erkannt wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Der Weinstein-Skandal ist ja nicht nur verheerend, indem er sichtbar gemacht hat, wie viele Frauen in diesem Komplex missbraucht, gedemütigt, gefoltert wurden und ihr Leben zerstört. Sondern der Weinstein hat 30 Jahre Zeit gehabt, sämtliche klugen, tollen Frauen zu verhindern. Das ist das Thema. Das ist das Thema der Chefredaktionen heutzutage in den grossen deutschsprachigen Chefredaktionen, sowohl digital, also sowohl elektronisch, als auch in Print und Audio. Das ist das Thema, Leute, dass unzählige tolle Karrieren verhindert werden und so den Fortschritt der Welt völlig behindert. Ja, weil sie Systeme verändert hätten. Ich denke immer an Luise F. Pusch, die ihr Wirken, sie ist wahnsinnig wichtig, die eine tolle Karriere gemacht hat. Die aber gesagt hat, es ist wirklich tragisch, dass ich keine Professur für Linguistik, für Germanistik erhalten habe an einer deutschsprachigen Universität, weil sie hätte natürlich in den letzten 20 und 30 Jahren Generationen von klugen Menschen weitergebracht und den ganzen Diskurs, die politische Veränderung. Ich finde es ein Skandal, dass nach wie vor Politologen vor dem Bildschirm erscheinen, die zum Beispiel von La Stempfli's Satz umfragen, sind die Rating-Agentur in einer Demokratie. Das heisst, sie zerstören früher oder später die Demokratie. Keine Ahnung haben, die vielleicht in 10, 20 Jahren mal dazu kommen, zu realisieren, dieser Komplex von Studien, dieser Komplex von erfundenen Studien, die dann in den Zeitungen platziert werden, um eine Kanzlerschaft zu gewinnen, tatsächlich die Demokratie zu zerstören, wie wir am Beispiel von Österreich gesehen haben. Ich will noch einen Satz dazu sagen, denn natürlich bei Louise F. Pusch kennen wir ihre Geschichte, dass sie erst mal in Konstanz nicht weiter arbeiten konnte und gezwungen war, sich selbstständig zu machen. Aber es betrifft eben nicht nur sie, sondern es betrifft ganz, ganz, ganz viele, gerade in der Germanistik Wissenschaftlerinnen, die promoviert sind, die habilitiert sind und die dann festgestellt haben, wir kriegen keine Professur, weil das, was wir, was uns interessiert, was wir für wissenschaftlich relevant halten, hält die Germanistik nicht für relevant. Und ganz, ganz viele sind nach Kanada, sind in die USA und haben dort Professuren bekommen. Also die Germanistik in den USA oder in Kanada ist in vielen Punkten viel innovativer als das, was in den letzten 40 Jahren in Deutschland passiert ist und an den deutschen Unis. Und Isabel Roder hat uns ja mal erklärt, weshalb das so ist, weil Geschichte und Germanistik in Deutschland extrem wichtige und prestigebeladene Fächer sind. Das ist ja spannend, oder? Oh, habe ich das mal erklärt? Das ist schön. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wir haben uns mal darüber unterhalten, wie kann es sein, dass eigentlich die grosse feministische, linguistischen Neuerungen, politischen und auch als Politologin, werden von Frauen publiziert und wieso alle keine Professur an deutschsprachigen Universitäten haben. Ich erinnere daran, dass auch meine Förderungsprofessur 2002 als junge Mutter mit drei Kindern mit einer Publikationsliste, die sich geschmiert hat, keine Förderungsprofessur kriegte zum Thema, haltet euch, nochmals, europäischer Populismus und Medien und Demokratie. Ich zeige, wie früh du warst. Wie weitsichtig. Abgelehnt wurde mit dem Argument, diese Frau hat einen akademischen Stallgeruch nicht. Womit ich wieder beim Argument wäre, streitbar, oder womit wir wieder am Anfang wären, mit einer Studie, die sagt, dass an Frauen andere Anforderungen gestellt werden. Frauen, nochmals, Frauen, die in der Öffentlichkeit auftreten, im deutschsprachigen Raum, sind ein Skandalon, ein Hindernis, sind nicht übrig, sind nicht die Norm. Und wenn sie in der Öffentlichkeit auftauchen und tatsächlich sich wagen zu äussern, dann gelten sie sofort als meinungsstark, als polarisierend, als was auch immer. Schon wahnsinnig. Umstritten. Umstritten. Du sag einmal, wir sind eigentlich schon mitten beim Thema. Wir haben uns nämlich heute vorgenommen, über Medienfrauen zu sprechen. Tolle Medienfrauen, genau. Tolle Medienfrauen. Mir fällt da natürlich ad hoc direkt die Hedwig-Dom-Urkunde ein, mit der der Journalistinnenbund in Deutschland jedes Jahr eine Journalistin für ihr Lebenswerk auszeichnet. Und in den letzten Jahren waren das, oh Gott, hochrangige, großartige Journalistinnen. Petra Gerster, Franziska Becker, Dagmar Rhein, Christina von Braun, Erika Fischer, Lüg Jochimsen, Marlies Hesse, Inge von Börninghausen, das sind jetzt die, die mir so gerade ad hoc in den Sinn kommen. Und das ist so wichtig, diese Journalistin auch für ihr Lebenswerk und für ihre Leistung für den Journalismus auszuzeichnen. Ja, und zu Lebzeiten. Und das auch noch genau zu Lebzeiten und mit Hedwig-Dom, natürlich, mit der Urkunde, die nach Hedwig-Dom benannt ist. Siehst du, aber das finde ich großartig. Wenn ich ganz ehrlich bin, von dem wusste ich eigentlich auch viel zu wenig. Von diesem Preis? Ja, 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 das, also ich fand das letztes Jahr sehr, sehr sichtbar, dadurch, dass Petra Gerster ausgezeichnet wurde, die ja danach auch aufgehört hat, als, als Moderatorin für Nachrichten zu arbeiten, ne, die sich dann in den Ruhestand verabschiedet hat und die oft thematisiert hat, wie wichtig es ist, eben auch als, als Nachrichtensprecherin, als Journalistin, ähm, sichtbar zu gendern, sich Gedanken zu machen, wie vermittle ich Nachrichten, worauf lege ich da Gewicht, und die, die schon auch sehr, äh, oftmals thematisiert hat, dass ihr die Hedwig-Dom-Urkunde viel bedeutet, fand ich gut, ne, also, aber da sind wir auch wieder beim, beim Thema, der, der Journalistinbund macht echt einen guten Job, ähm, besteht aus Journalistinnen, die meistens die grösste Hemmung haben, über sich selber zu schreiben, ne, ist begreiflich, aber auch bekloppt, schmeisst das? Ja, aber es ist ganz schwierig, also ich finde, ich finde es, es ist wirklich, also wir, wir, wir beackern hier härtesten sexistischen, protestantischen Boden, da ist es in Österreich, im, also von der Tradition her. Und warum ist das so? Weil wir lernen, in den Medien kommt das, was wichtig ist, und das ist, ja, das sagen wir, ne, aber wir lernen doch erst mal, das, was relevant ist, kommt automatisch in die Medien. So lernen wir doch Medien kennen. Genau, allgemeine Themen sind, äh, Männerthemen, und, äh, alles, was Frauen betrifft, sind dann eben sogenannte Frauenthemen. Das lernen wir erst, wenn wir genauer hingucken. Ja, 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 wobei, also ich finde schon, wir schreiben das Jahr 2021, äh, eben stehen auf den Schultern von Gigantinnen, haben Millionen Bücher, äh, die wir eigentlich auch alle noch lesen könnten, sollten, aber auch nicht tun müssen. Und, äh, ich bin immer wieder schockiert, wie unfassbar Rückstände geben, der Diskurs ist. Also, haben wir ja gerade festgestellt, in der, äh, Mediatur-Geschichte rund um Tamedia und eben Bild. Du hast das Stichwort gebracht, äh, konservativ, als du über Bombshell gesprochen hast. Ja. Das macht mich total neugierig. Also, es gibt einen Film, Bombshell, auch auf ZDF, das Ende des Schweigens. Der hatte das Problem, dass er rauskam, ein paar Tage vor der Pandemie. Also, im Februar 2020. Das ist der schlimmste Kinostart aller Zeiten, oder? Äh, also im März, glaube ich, war am 8. März, wegen dem Internationalen Frauentag, und am 13. März ging wir ja, ging ja die ganze Welt in einen Lockdown. Also wurde der Film nicht wirklich rezipiert. Jetzt ist er auf Amazon Prime einsehbar und wurde eben auch auf ZDF im Rahmen dieser Dokumentationen zu, zu MeToo und Mediatur gesendet. Ich, also es geht, zuerst mal, es geht um, die, denn, der Film handelt um die sexuelle Gewalt von Roger Ailes in Fox News, der Gründer der Fox News gegen Frauen im eigenen Center. Es geht aber auch darum, um den mächtigsten Medienmann in den USA, Roger Ailes, den ganz viele nicht kennen, auch dazu eine hervorragende Dokumentation auf ZDF, um zu zeigen, und da ist mir eben so bewusst geworden, dass grosse Medienmänner sich nur deshalb so gross werden, weil sie strukturelle Sexisten und Frauenhasser sind. Und ein System schaffen, wo das befördert wird und keine Rolle spielt und alle Angst haben. Und das passt den Männern. Das macht eben Männermacht. Es macht Männermacht, indem du Männern den Jauvinismus rein informativ vom Habitus her gibst. Das macht Männer geil. Es macht Männer, es macht grosse Medienkanäle, wenn du Frauen auf möglichst kurze Röcke mit langen Beinen präsentieren lässt und blonden Haaren. Die Moderatorinnen haben sich schon früh darüber beklagt, dass ihre Desks, oder wenn sie gefilmt wurden, die Nachrichtenmoderatorin, die waren durchsichtig. Bei den Männernmoderatoren waren die nicht durchsichtig. Au, 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 autsch. Okay. Es gibt unglaubliche, unglaubliche Geschichten. Ich erzähle dann noch einige davon. Jetzt zur Rezeption dieses Films. Und das war typisch. Weil diese sexuelle Gewalt im konservativen Sender Fox News von Frauen aufgedeckt wurden, die eigentlich sonst mit Feminismus überhaupt nichts am Hut haben, die auch Rassistinnen sind teilweise, respektive nicht. Sie sind nicht Rassistinnen, aber sie lassen rassistische News raus, die sehr konservativ, also sehr misogyn argumentieren, oft in ihren Talkshows und auch immer bei chauvinistischen Bemerkungen nett lächeln, blond sind. Also quasi diese klassischen Bimbos, weil das Frauen waren, die vergewaltigt wurden, weil das solche Frauen, in Anführungszeichen, die vergewaltigt wurden, hat sich die linke Presse, die Feministinnen und die Kulturfeutonistinnen nicht wirklich für diesen Film interessiert. Obwohl der Skandal gegen Roger Ailes vor ein halbes Jahr, vor MeToo stattfand. Also es war eine Bombshell. Und deshalb heisst dieser Film auch Bombshell, weil, sorry mit meinem amerikanischen Akzent, because a bombshell gehört zu den News in den USA. The bomb dropped, oder wenn eben ein grosser Skandal ist. Nachfrage? Du sagst, der Film wurde nicht rezipiert. Wurde denn der Skandal rezipiert? Ah, auch nur teilweise. Er wurde schon. Wahrscheinlich mit Häme. Das war ein Bombshell. Genau. Genau, genau, genau. Also der Film wurde schon auch rezipiert in den klassischen Medien, in den deutschen Medien. Und der Deutschlandfunk hat jetzt erst, auch wieder gesagt, weil der ZDF eben gebracht hat, es sei ein wichtiger Film. Ich habe aber einfach festgestellt, dass der Missbrauch, die Vergewaltigung, die sexuelle Gewalt, die Unterdrückung von Frauen, und die Unsichtbarmachung von Frauen, nie eine Hierarchie erlaubt, erlauben sollte. Also das nur, weil diese Frauen, die wirklich, also das ist keine, da gibt es keine Sympathieträgerin, von mir aus gesehen. Im Film schon, aber die realen Moderatorinnen, sorry, also die haben Politiken vertreten, mit denen ich nichts zu tun habe. Aber es heisst nicht, dass die, aber es heisst nicht, dass die Gewalt, die ihnen angetan hat, in eine Hierarchie gepresst wird. Und das ist eines der grossen Probleme. Und ihre Stimme deswegen weniger wert ist. Genau. Und sie deswegen keine Menschenrechte haben. Oder Würde des Menschen ist unantastbar. Hilt tatsächlich auch für Menschen, deren sonstige Meinung bin ich vertreten. Das ist der Grund dieses Satzes. Und ein Baustein. Und das ist wirklich, ich finde das, und die brutale Macht gegen die Frauen. Und eben Fox News, das Aufkommen von Fox News, steht auf, steht auf pornografischen, misogynen, frauenhasserischen Füssen. Und Fox News haben wir Donald Trump zu verdanken, der auch auf pornografischen, misogynen, frauenhasserischen Füssen steht. Und diese Struktur, dass das mit Politik zu tun hat, das ist immer einfach noch viel zu wenig bewusst. Und das ist nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch auf der linken Seite. Weil Roger Ailes hat zuerst so Mainstream-Media bedient. Darf ich noch schnell was zum Film sagen? Ja, ich nachher auch. Ja, okay. Also nein, sag nur. Was mir nur wirklich wichtig ist, also ich erlebe das momentan ganz, ganz stark in der Schweiz, dass versucht wird, feministische Themen allein dem linken Parteien-Spektrum zuzuordnen. Ja. Und zu sagen, ja, das ist halt so links, ne? Also so. Ich bin der festen Überzeugung, dass Frauenrechte weder links noch rechts sind, sondern tatsächlich tapfer im, tapfer im Nirgendwo. Sie betreffen alle. Und alle Frauen, egal wo sie politisch stehen, haben ein Recht auf ihre Rechte, auf ihre Menschenrechte, auf ihre Menschenwürde. Und ich halte es für wahnsinnig gefährlich, wenn Menschen, oftmals sind es Frauen, in diese Falle tappen und sich gegeneinander ausspielen lassen und dann sagen, du bist in meinem Parteien-Spektrum, wo ich mich zuordne, nicht auf meiner Seite, also kannst du es auch da nicht sein. Oder also unterstütze ich dich nicht, weil ich stimme ja nicht mit allem, was du denkst, überein. Das ist unfassbar. Das gilt für Männer wie Frauen. Sehr klug, ja. Und es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Da gibt es eine grossartige Szene in dem Film «Bombshell». Das sind die drei Frauen, die vom selben Mann missbraucht, vergewaltigt, unterdrückt wurden. Hervorragend dargestellt durch Nicole Kidman, Margaret, Robbie und Charlize. Theron, die drei Frauen sind gemeinsam im Lift, also im Elevator. Und alle drei Frauen reden nicht miteinander. Dabei haben sie genau, also nicht genau dasselbe, sondern haben sie je… Und wissen sie es? Wissen sie es voneinander? Sie könnten es ahnen. Was ich aber einfach hier zeige, was der Film hier so klar zeigt, es geht immer ums Schweigen. Die Frauen werden erstickt. Männliche Gewalt macht Frauen extrem einsam. Und das fand ich faszinierend. Also diese Szene, sie ahnen es voneinander, sie sind aber Konkurrentinnen. Also die eine hat die andere ausgestochen. Also es ist furchtbar, ich hätte nie für Fox… Also who on earth wants to work for Fox? Und das wird aber auch thematisiert im Film. Aber ich fand das, ich fand dieses Bild so faszinierend von diesen drei Frauen, die hätten sie nur einmal miteinander geredet. Wirkliche Macht gegen die Strukturen. Das ist ein starkes Bild. Gehabt hätten. Aber ein Satz muss ich noch sagen, zu der republikanischen Partei, die wir ja sehr stark auch mit diesen Skandalen verbinden in Deutschland. Ich erinnere immer gerne, dass es die republikanische Partei war, die in der amerikanischen Geschichte für die Abschaffung der Sklaverei war und für die Einführung des Frauenwahlrechts. Nicht die Demokraten. Also da hat sich etwas grundlegend verschoben. Von daher dieses Konservativ mit Republikanern zu verbinden, das ist auch, das muss nicht so sein. Also eine Zeit lang waren das schon die Progressiven. Aber es hat damit zu tun, dass eben die Männer-Medienstrukturen im digitalen, analogen und im Printbereich, Audio, was auch immer, seit 20 Jahren sich darauf kapriziert haben, typisch männlich den Krieg in die Medien zu bringen, statt die Reform und die Information. Und das ist der grosse Unterschied. Und das passt auch zu den linken Männern. Linke Männer zelebrieren die Revolution. Dabei sind wirklich demokratische Fortschritte immer nur Resultate von grossen Reformen. Weißt du, was aus den drei Frauen, die ja auf realen Figuren beruhten, geworden ist? So würde ich sagen, ja? Ja, 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 also sie, also eben, also ich möchte zwar keinen Spoiler geben, ihr müsst den Film gucken. Ach so, vom Film, ja, ja, wir werden uns den alle angucken, wenn er schon mal in der Mediathek ist. Weil er ja überhaupt nicht propagiert wird, weil es heisst, jetzt werden da die rechten Frauen als Feministinnen verkauft. Das waren doch keine Feministinnen. Leute, es geht um eine pornografische, misogyne politische Medienstruktur, die sich übrigens auch in ganz anderen linken, sogenannten progressiven Medien finden lässt. Nur dort, nur dort ist die Einsamkeit der Frauen noch viel grösser. Wenn ich daran denke, wie schwer es war, vor einigen Jahren in der grössten schweizerischen Gewerkschaft einen Molester, einen wirklichen, sehr erfolgreichen Gewerkschafter der sexuellen Gewalt zu überführen, dann kann ich nur sagen, da war Fox News und die Position der Frauen bei Fox News sehr einfach im Vergleich zu den harten Strukturen innerhalb der Gewerkschaften manchmal. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Das war die Podcastin,